Grob gesagt beschäftige ich mich mit ganzen Zahlen, also in den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und wann Gleichungen in ganzen Zahlen lösbar sind. Eine Sache, für die ich recht bekannt wurde, ist meine Theorie der sogenannten perfektoiden Räume, die es ermöglicht, verschiedene geometrische Situationen miteinander zu verbinden in Weisen, die vorher nicht möglich waren. Das Faszinierende an der Zahlentheorie ist, dass man zu diesem Studium dieser sehr elementaren Objekte wie der ganzen Zahlen Techniken aus nahezu allen anderen Gebieten der Mathematik, aus der Analyse, aus der Geometrie, aus der Topologie braucht, um diese Fragen zu beantworten. Meiner Meinung nach ist die Mathematik schon da und man entdeckt sie größtenteils. Und das finde ich faszinierend, dass man diese objektive Realität allein durch Nachdenken erfassen kann. Bis zum nächsten Mal. B So Untertitelung des ZDF für funk, 2017